wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play fifa 17 ultimate team und ich habe einen controller 360 controller xbox 360 controller und ja jetzt kann ich wieder komplett befreit aufspielen muss ich mir so verkrampf da sitzen manchmal ist auch nicht wirklich lang eine aufnahme aber und da fühlt sich direkt total sexy in der hand an so neuer controller ist wie ein neues auto oder so und ich muss zugeben dass die sticks weniger abgenutzt waren beim alten controller als ich gedacht hätte also der widerstand vom neuen controller ist nicht wirklich sehr viel stärker das spricht natürlich für die qualität so eines xbox 360 controllers weil wenn man an die playstation controller denkt da merkt man eigentlich schon einen ziemlichen unterschied zwischen dem älteren und dem neueren was die die sticks angeht die 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 controller 6 die geben dann einfach mehr nach bei dem bei dem älteren controller der ps4 oder ps3 und haben dann halt weniger widerstand und das scheint mir nicht so der fall zu sein also die verschleißerscheinungen am xbox 360 controller scheint geringer auszufallen so jetzt spielen wir natürlich eine neue saison weil wir keine sinnlose knockouts spielen wollen wenn da sowieso keine kohle gibt 2000 kohle und keine packs und ich habe mal die stats nachgeschaut bei buddha bu und traxler also hat die verglichen und säcken im buddha bu hat zwar den ein oder anderen wert besser als traxler aber insgesamt würde ich wirklich sagen traxler ist der von den werten her komplettere und bessere zom aber wir haben halt nichts zu verlieren ich werde ihn jetzt mal ein paar spiele testen das schöne ist ja wenn er nicht funktionieren sollte dann können wir immer ohne probleme zurückgehen auf auf den traxler und der normale buddha bu und inform der hatte auch nicht so die mega geilen stats und ging einfach so kaputt also da war einfach so mega mega krass drauf von daher schauen wir mal warum hat toliso nur noch 80 fitness was ist da los geben wir ihm mal eine fitnesskarte weil unsere bundesligameinheit ist noch nicht da also nicht befaller fitness gut neue saison neues glück ich würde sagen wir versuchen anständig zu spielen ich kann die coins unendlich gut gebrauchen also wenn wir jetzt hier über über den titel gewinnen reden mit 15.000 coins wäre ich absolut dabei ich weiß dass es nicht so wahrscheinlich ist und wir dafür auch wirklich sehr gut spielen müssen weil wir uns so gut wie gar keine fehler erlauben dürfen wenn wir den titel gewinnen wollen aber ich habe schon ein paar mal geschafft drei oder vier mal und wir probieren es oh sonne ich würde sagen ehrlich gesagt lieber als stürmer spielen und ein silberner linksverteidiger so konzentrieren es gibt keine ausreden mehr wir haben einen neuen controller wir können entspannt aber trotzdem konzentriert sitzen und spielen und ich bin auch buddha bu gespannt ansonsten bin ich echt gespannt wann mein stürmer oder meine stürmer mal wieder an tor schießen weil das jetzt echt schon ultra lange her oder generell mein scorer punkt aber wir schauen uns das mal an und im nächsten spiel wir werden natürlich wieder versuchen zwei spiele zu machen im nächsten spiel gibt es dann schön lewandowski action hoffe ich mal okay was ich merke beim neuen controller ist dass diese leichten diese kleinen punkte die obendrauf sind auf dem stick dass die weg waren beim alten controller damit man halt nicht so leicht abrutschen kann und beim neuen sind die hals spürbar ja das hat er leider gut gemacht meine spieler meine verteidiger waren nicht nahe genug dran vielleicht hätte ich den letzten hier job besser verteidigen selber etwas verteidigen müssen aber vorher denke ich genauso muss man das verteidigen am mann halt dran sein aber sich nicht abkochen lassen wenn ich jetzt ein bein rausgestellt hätte oder so hätte das nur dazu geführt hätte das nur dazu geführt dass er so wie es erst recht durch gewesen wäre mit seinen tricks und deswegen es lief alles super günstig für seine tricks sie waren gut ausgeführt im richtigen moment und dann hat er halt einfach mit martial den entsprechenden abschluss hinbekommen so dass ich da recht wenig machen konnte ja da glück schön gemacht von dante mit außen mauge der passt sehr schön jetzt müssen wir einfach mal konzentriert nach vorn spielen ganz einfach wie hier zum beispiel sehr konzentriert mache ich gerade einfach nicht gut mache ich gerade einfach nicht gut und deswegen macht er hier einfach dieses verfluchte zweite turm hier einmal ich mache es einfach nicht gut ich lasse mich einengen er kommt mit super einfachen pressing an den ball ran steht aber erst 2 0 wir haben noch zeit das ganze zu drehen jetzt kann natürlich entsprechend defensiv spielen das ganze zu drehen jetzt kann ich nicht mehr so gut gemacht von tulesa wieder viel zu einfältig versuche ich ihn da auszutribbeln ich habe ihn nicht in den lauf geschickt er läuft selber weil brenner war nicht so gut gemacht von ihm er läuft nicht so wirklich gut aber ich habe auch nicht das gefühl dass jetzt direkt eine andere formation funktioniert ich glaube halt gerade ich spiele einfach schlecht und der gegner zu gut für mein momentanen spielverhalten noch mal auf falcao legen und es ist halt es 2 1 falcao stand komplett frei aber ich habe es zu spät erst mitgekriegt habe ich schon auf schießen gedrückt aber zumindest mal eine kleine druckphase vielleicht gibt die hoffnung auf die zweite runde da macht er auch immer mal interessante fehler im mittelfeld also es ist nicht alles verloren das war wieder ein aufbau fehler dann nicht sein musste freunde es tun so ein locker wir hatten die ball das 3 0 ist unverdient also das 1 0 ist 2 das verdient aber das 3 0 ist unverdient den muss halt auch einfach nur auch je wegspielen aber dass so ein schuss überhaupt nicht lasse gefährlich rangeht ist halt schon schwachsinn so und jetzt stelle ich mal oben auf 4 3 2 1 weil ja wenn ich irgendwie drei toche aufholen will dann muss ich erstmal eine andere formation probieren es läuft gerade sehr glücklich von gegner aber es ist trotzdem verdienter führung nur nicht in der höher so eine wechsel macht noch keinen sinn so ein kleid mit aber hat auch zuerst bei gespielt Tunnels war er passt von mal wohner es läuft nicht gut in dem spiel es ist echt das ist seit langem mal wieder eine 3 0 rückstand in der halbzeit ist echt bitter als es liefert wie gesagt auch sehr gut von gegner ist in der höhe nicht verdient aber die führung an sich ist verdient das 1 0 war halt auch ein bisschen pech dass es einfach so perfekt geklappt hat und ich war wie gesagt schon dran meine verteidiger machen recht wenig es hat wieder so miserabler passt der uns das spiel versaut mal gucken wir jetzt ein schnelles toliso macht keinen guten job es muss es leider sagen im mittelfeld er macht keinen guten job mehr nicht dass ich noch bereuen muss wer hat die verkauft zu haben dann werde ich wahrscheinlich hat die trotzdem nicht wieder kaufen bei ja schön geblockt er hat ihn mir dann einfach zu teuer ist vielleicht muss ich auch wieder die arbeitsrate auf defensiv und die stellen ich komme auch nicht zum schuss ich glaube ich war da einfach teilweise zu lang den ball hat marquinhos eigentlich schon jetzt zieht er in der mitte mit dem bär das bin oder mit irgendeinem anderen trick der pass war wieder viel zu lang von bobadus natürlich wird der pass wieder geblockt der pass Falcao, erster Tor von einem Stürmer seit Ewigkeiten, wird auch zweitig auf Schießen gedrückt und in die lange Ecke. Ohne zweimal Schießen oder so, der macht ihn dann, das erwarte ich auch verdammt nochmal. Vielleicht dann auf den schwachen Fuß. Endlich hat es dann wieder geklappt und es läuft in der Formation jetzt wirklich deutlich besser. Komm, es ist noch genug Zeit für ein 3-3. Es ist noch genug Zeit für ein 3-3, wir bleiben einfach dran. Unentschieden, es ist so wichtig am Ende, ob wir unentschieden spielen oder halt verlieren. Ein oder null Punkte, das kann am Ende die 15.000 Coins der Liga-Titel ausmachen. Ich will auch mal wechseln. Malbuena gegen Ribéry und die Maria gegen Müller. Können wir eigentlich, warum habe ich eigentlich nicht Budebu nach hinten gezogen? Was ist denn da los? So. Oh mein Gott. Wenn wir an dem Tempo weitermachen, haben wir auch noch die Chance auf 4-3, meine Freunde. Richtig geil, macht Falcao den Doppelpack, zumindest was die Scorer-Punkte angeht. Schöner Doppelpass mit Valbuena, dann hier auf Valbuena nochmal gelegt und er macht ihn dann einfach ins lange Eck. Sehr schön. Hätte man wahrscheinlich sogar auf nochmal eins weiterlegen können, aber ich glaube Budebu war's. Jetzt wird er ausgewechselt, das ist ein bisschen schade, aber er hat nochmal Tor geschossen, bevor er ausgewechselt wurde. Jetzt haben wir hier wieder ein spannendes und offenes Spiel. Oh, fuck. Man war nicht ein bisschen zu viel, übereuphoriert. Übereuphoriert ist überhaupt ein Wort? Ne, ist es nicht. Überambitioniert, das ist das, was ich gesucht habe. Okay. Ich dachte, ich kann ihn durchstecken, fuck. Sehr gut, von Marquinhos. Ich dachte, ich probiere es mal mit einer Flange. Okay. Es war schwach von mir gemacht, schade. Sehr schön, von Daniel, der macht echt einen guten Job. Nein, aber ein Ribéry da zum Schuss kommt. Oh, das 3-3 wäre drin gewesen. Fuck. Oh, oh, so ein Lacker, ey. So ein scheiß Lacker, ey. Fuck. 3-3 wäre sowas von drin gewesen. Es wäre so verdient gewesen am Ende. Aber ich bin trotzdem froh darüber, wie wir gekämpft haben und dass wir uns selbst nach einem 3-0 haben nicht unterkriegen lassen und versucht haben, es dann auch zu, naja, zu drehen ist übertrieben gesagt, aber es zumindest ins Unentschieden zu führen. Und wir hatten die Chance, es wäre verdient gewesen, es hat leider nicht gereicht und nicht geklappt, aber dem Gegner ist auf jeden Fall so dermaßen die, wie sagt man, die Muffe? Ich glaube, die Muffe sagt man, ne, die Muffe gegangen. Richtig geil, richtig, richtig geil. Von daher, alles okay. Haben leider nicht gewonnen, aber der Sieg ist definitiv für den Gegner nicht mehr verdient. Es wäre ein Unentschieden, wäre er verdient gewesen. Von daher, alles gut. Es war wieder mal ein Gegner, bei dem hat jetzt 4-3-2-1 dann mega gut funktioniert. Hätte ich vielleicht doch eher mal wechseln sollen, aber ich hatte halt einfach das Gefühl, dass ich schlecht spiele und es nicht nur an der Formation liegt. Wahrscheinlich war es beides, Formation und halt das schlechte Spiel. So, Falcao macht noch wieder zwei Scorer-Punkte in einem Spiel, das ist cool. Und haben wir jetzt 14, ja, es ist schon ganz okay, in wahrscheinlich 24, irgendwas zwischen 22 und 23 Spielen. Das ist okay, aber ich erwarte eigentlich von Lackerset mehr, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele wir ihn noch spielen, deswegen gebe ich ihm mal nur ein paar Bronze-Verträge. So. Jetzt ist Lewandowski dran, er sollte ja noch mehr abgehen. Ich habe echt das Gefühl, dass ich in letzter Zeit so einen Tick, also ja, einen Tick zu lange warte in manchen Situationen. Und statt halt direkt zu schießen, versuche ich dann einfach noch auf Krampf, mich perfekt zu positionieren. Das ist vielleicht auch der Fehler, denke ich. Also, ja. Achso, was ist mir eigentlich mit Budibu? Budibu hat sich gut angefühlt, aber im ersten Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass er besser sein wird als Traxler, mal so nebenbei. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe echt das Gefühl, dass ich so ein bisschen das Gefühl verloren habe, zwischen wann schießt du direkt und wann versuchst du lieber nochmal ein, zwei Minuten abzuwarten. Ach ja, was machen wir denn mit Tolisso? Fühlt sich nicht mehr so geil an. Ich überlege halt gerade, ob es da anliegen könnte, dass er mir mehr bringt, wenn ich ihn auch hinten lasse. So, wie ich es am Anfang mit Verratti eingestellt hatte. Mir ist aber eigentlich auch Gonalons nicht wirklich krass aufgefallen, weil es war doch einfach gerade nur Pech. Ach ja, wir haben mir ihn ja auch Sentinel gegeben. Vielleicht ist er mir auch einfach zu langsam. Ich habe halt einmal Shadow, aber... Will ich das wirklich dafür ausgeben? Ich glaube schon. Das macht halt einfach so einen Riesenunterschied. Und dann kann ich ihn auch nochmal mit der jetzigen Einstellung... Ich gebe ihm jetzt einfach Shadow, scheiß drauf. Dann kann ich ihn auch nochmal mit der jetzigen Einstellung testen, also dass er mit nach vorne arbeiten darf. Mal gucken, dann ist er halt auch einfach nach vorne schneller, logischerweise. Schauen wir mal, wie er sich anfühlt. Ansonsten würde ich da nochmal so einstellen, dass er eben hinten bleiben soll. Und wenn er dann immer noch sich merkwürdig anfühlt... Wobei, wie gesagt, Gonalons ist mir jetzt auch gerade nicht aufgefallen. Wenn ich dann auch noch merkwürdig anfühle, dann kann ich mir irgendwann einen anderen holen. Aber da wird jetzt keine Katastrophe sein, dass ich jetzt unbedingt jemand anderes brauche. Und wenn ich, wie gesagt, einfach auf die dritte Inform von Verratti warte und dann halt Verratti wieder reinnehme, das ist auch kein Stress. Und dann habe ich bis dahin dann auch eine Idee, ob ich Gonalons besser finde oder halt Tolisso und so. Jetzt wollte ich eher nochmal schauen, ob durch Zufall Maestro, äh, Maestro sag ich schon, Shadow da ist. Nö. Das war's schon, mehr wollte ich gar nicht wissen. So, erstes Spiel leider verloren, aber extrem kämpferisch gezeigt. Das ist, denke ich, worauf man stolz sein kann. Von daher passt es schon. Und jetzt ist Lewandowski dran in seinem ersten regulären Spiel. Wie gesagt, er hat jetzt schon ein Spiel drin stehen. Das liegt daran, dass ich zocken wollte. Und es ging nicht mit meinem Krüppel-Controller. Jetzt habe ich einen neuen und jetzt zählt's. Jetzt gilt es quasi. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Er hat sich im, also, ich weiß noch, im ersten Test, Moment. Im ersten Test war es so, dass er sich insgesamt gut angefühlt hat, aber halt nicht so die krassen Scorer-Punkte erzeugt hat. Und dass er sich auch in den ersten Spielen besser angefühlt hat, als dann in den nächsten, in den letzteren. Aber ich glaube, auch bei ihm hatte ich so das Problem, dass er halt einfach oft geblockt wurde. Generell nicht so häufig zum Abschluss kam. Und ich damals einfach andere Stürmer hatte, wo ich das Gefühl hatte, die kommen häufiger zum Abschluss. Aber schauen wir mal. Mir wurde halt gesagt, teste ihn auf jeden Fall nochmal. Da ist seine Bewertung wert und bla bla bla. Ja, also, ja, und da ich sowieso in der totalen Schaffenskrise bin, was die Stürmer in der Bundesliga angeht, und ich dementsprechend, ja, zu allen Schandtaten bereit bin, und für jede Idee offen, und ich sowieso, ich wollte auch so von mir aus Lewandowski nochmal eine Chance geben, machen wir das einfach. Lewandowski ist auch ein Spieler, den ich gerne spielen würde. Er ist der bestbewertetste Nicht-Inform-Spieler der Bundesliga. Es ist so ein extremer Respekt-Spieler, wo halt, oh, fuck. Da versucht man es zu dodgen, aber immer glatt's halt nicht. Das ist so ein, ach, jetzt haben wir halt zwei Spiele bei Lewandowski, die abgezogen werden müssen. Aber Lewandowski ist halt so ein extremer Respekt-Spieler, wenn man den auf dem Feld sieht, denkt man halt immer so, oh mein Gott, da kann er eigentlich von überall schießen und retten. Aber ich habe ja Glück, und der Gegner schenkt uns den Sieg. Es ist unwahrscheinlich, aber, naja. Bricht er direkt ab, bevor es losgeht, oder was? Ne. Macht er ein Eigentum? Ja, er schenkt uns wenigstens den Sieg. Also, ja, ist natürlich ein bisschen übertrieben, jetzt hier zu mich zu freuen. Aber es ist mir halt lieber, wenn mir der Sieg geschenkt wird, als wenn ich logischerweise dann gar nichts davon habe. Weil, wie gesagt, Verträge gehen weg. Also, das ist halt auch einfach Kohle, die mir dann flöten geht. Von daher ist das besser als nichts. Auch wenn ich lieber spielen würde. Aber wir hatten echt super lange keinen geschenkten Sieg. Ich glaube, als wir das letzte Mal, oder sogar die letzten beiden Titel, die wir geholt haben, in der Liga, da war es, glaube ich, bei beiden Titeln so, dass uns kein einziger Sieg geschenkt wurde. Da fällt mir gerade ein, Tolisso hat mir halt auch mit dem Champions-Style Basic besser gefallen. Also, ich tue mich echt schwer, so Spielern Basic zu geben. Aber es kann halt echt sein, dass es so ein, zwei Spieler gibt, wo es Sinn macht. Vielleicht bei einem Tolisso, der relativ ausgeglichenen Stats hat, da kann es vielleicht auch Sinn machen, ihm Basic zu geben. Er ist nach vorne ein bisschen besser, er ist ein bisschen schneller, er ist in der Defensive ein bisschen besser, er hat einen etwas besseren Pass, er hat ein besseres Dribbling, also, wird halt alles so ein bisschen gestärkt. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also, ich finde halt, er hat sich mit Basic echt gut angefühlt. Mit fünf Chemie im Übrigen, weil wir ihn dann immer noch als ZDOM, als Sechster gespielt haben. Aber wir gucken mal, wie er sich jetzt mit Shadow macht. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich ihm nochmal die Anweisung geben, dass er nach hinten nur arbeiten soll. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann würde ich ihn nochmal mit Basic-Chemistry-Style testen. Was? Das war kein Foul? Oh, wie so, ne? Glück gehabt. Schade, abgefälscht. Okay, interessanter Spiel ist die bisher. Sehr aggro. Einfach nur stupide auf den Gegner rennen. Es hat leider auch noch geklappt. Perfekt, sofern man abgefälscht. So gefällt mir das. Ja, er rennt einfach nur stupide auf den Ballführer drauf, habe ich das Gefühl zumindest. Nehme mal die Ecke mit... Ich wollte es noch nicht sagen, aber ich hatte halt so das Gefühl, der Gegner spielt nicht so gut. Weil er halt einfach nur super aggressiv auf den Gegner drauf rennt und dann bricht es ab. Es kann natürlich auch wieder ein Abbrecher gewesen sein, es kann ein zufälliger Abbruch gewesen sein, aber vom Gefühl her würde ich sagen, so wie er gespielt hat, war das eher ein Abbruchs-Cheat-User als jemand, der ernsthaft spielen wollte. Oh, das ist jetzt das dritte Spiel. Das ist jetzt das dritte Spiel, was nicht zählt. Und das ist das zweite in Folge gerade eben. So geil. I love it. Hoffen wir mal, dass der nächste Gegner Bock hat zu zocken. Muss ich echt die Knockout-Turniere spielen? Ich will die Knockouts nicht spielen. Erstens sind da die Gegner in den ersten beiden Runden meistens nicht so gut. Ich halte lieber erstmal schwierigere Gegner. Und zweitens ist halt auch einfach die Kohle, die ich da rausholen kann. Die Coins, so wenig im Vergleich. Vier Spiele für 2000 Coins, inklusive halt die paar Coins, die ich gewinne pro Runde. Das sind so, ich weiß nicht, 500, 600, manchmal auch 700 oder 800 Coins, wenn es richtig vogelwild läuft. Also ich gehe mal von 600 Coins aus, das sind... Das sind 2000, weil man direkt im ersten Durchgang gewinnt natürlich. Bei den ersten vier Spielen, das sind 2000 plus 4 mal 600, ne? Ja, genau. Sind wir bei 2400, sind wir bei... Wenn es allerbestesten läuft, also wenn es allerbestestens läuft, bei 4400 Coins. Und bei der Liga, wenn ich da die ersten, ich glaube sieben Spiele muss ich gewinnen. Die ersten sieben Spiele gewinne, jetzt habe ich wieder nicht auf das Datum geachtet, auch bitte sei es kein Abbrecher. Ach, zum Glück. Also man weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich kein Abbrecher. 451, ungewöhnliche Formation. Genau, und wenn man da die ersten sieben Spiele gewinnt, dann hat man so... Man bekommt ein bisschen weniger Belohnungscoins pro Spiel. Das heißt, gehen wir mal von 500 aus. 500 mal 7 sind wir bei 3500 Coins. Plus die 15.000 sind wir halt nach sieben Spielen einfach mal bei 18.500 Coins. Also das ist halt, wenn man es auf vier Spiele hochrechnet, einfach so viel besser. So, ich habe eigentlich gedacht, dass er mich getroffen hat, aber egal. Es wird Konzentration. Einfach ganz normal spielen, konzentriert spielen. Schade, schade. Hier hat er natürlich Glück. Interessant, für den Platten hat er gemacht. War ein bisschen riskant gespielt, aber wir halten den Ball erst mal. Oh, Platten hat sich direkt verletzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was für ein Tor. Oh nein, weil Vidal... Ach Gott, ich sage es nicht schon wieder, dass ich wieder das Gefühl hatte. Ich wollte gerade sagen, passt auf, ist Ding die... Ach, ich sage es aber nicht mehr, dass... Na, dann kann man es immer sagen, ne. Aber Vidal ist einfach so ein Ding, ist so ein Tier. Was für ein krasses Tor. Unglaublich. Also es war schon Info um Schmeichel, den er, glaube ich, gespielt hat. Oder ist es schon die Second Info? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Info um Schmeichel. Und ich glaube, oder? Es war eine Info um Schmeichel, die er gespielt hat. Das ist natürlich ein absoluter Sonntagsschuss, der so... Selbst bei Vidal nicht jedes Mal reingeht. Aber absolut mega geil und es freut mich, dass das so geklappt hat. Da haben wir mit Hummels den Winkel relativ eng gemacht. Hätten es vielleicht noch einen Tick besser verteidigen können. So, dann bin ich ja noch schneller als Reus. Okay, Lackertor Nummer 2. Schade, dass Lewandowski das Ding nicht reingemacht hat. Aber war jetzt auch kein super einfacher Schuss. Da war halt einfach schon dicht am Torhüter dran. Da wollte ich ihn tunnele, wie man sieht. Nicht, dass es mir jetzt so geht wie dem Gegner, dass ich hier erst mal 3-0 in Führung gehe und dann bangen muss, dass ich nicht noch unentschieden spiele. Ich bin echt komplett auf Lewandowski gespannt. Ich bin echt richtig gespannt. Oh, verstolpert Plattenhaut zur Ecke. Schade. Freunde, geht mal rein. Jetzt ist er natürlich wahrscheinlich ein bisschen angepisst und aggressiver. Das kommt mir natürlich entgegen. Schade. Ich bin auch im richtigen Moment gegrätscht, aber ich glaube, ich hätte ihn so oder so angespielt. So, Lewandowski ist auf jeden Fall auch nicht Kopfball schwach. Oh, Lewandowski, CPU-Kopfball. Ich verstehe nicht. In letzter Zeit bekomme ich einfach nicht mehr die Leute, oder sehr selten die Leute, die am kurzen Pfosten stehen. Ich bekomme immer irgendjemand anderes. Wodurch ich die halt nicht mehr steuern kann. Wie jetzt zum Beispiel Lewandowski. Das war schon nicht so geil. Schöner, wenn du den noch ein bisschen besser mitnimmst. Schade. Ja, Piss-Check. Da werdet er doch Shadow. Schönes Ding. Ich weiß nicht, wo er den hinspielen will. Ich weiß es einfach nicht. Das hat keinen Sinn ergeben, was er da gemacht hat. War einfach komplett nicht das, wo ich hingedrückt habe. Da lassen wir uns leider auf die Finte ein. Das war nicht gut gespielt von mir. Oh, nein. Egal, wir haben geklärt. Sehr schön. Ja, er hat keinen... Ich will nicht sagen, dass er keinen Bock mehr hat, aber es fällt ihm schwer, jetzt noch voll konzentriert zu spielen. Man sieht es, jetzt fängt er an zu grätschen. Oh, ich schaff's nicht, das auszunutzen. Krass. Wenn wir jetzt noch ein Tor machen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, bricht er ab. Hmm, das haben wir nicht gut antizipiert. Wurde ist leider zu eng. Schöner Ball auf Reus. Nicht perfekt, aber reicht. Die Ecke nehme ich gerne mit, es wäre schwer geworden, da irgendwie einen krassen Pass in die Mitte zu bekommen. Da waren zu viele Gegner. Zu viele Gegner, so. Hallo, was macht denn hier wieder, meine Spieler? Egal. Das läuft doch sehr positiv für mich. Also natürlich viel, viel Glück dabei. Viel, viel Glück. Das könnte hier auch locker 0-0 stehen. Weil mal der Gegner wahrscheinlich nicht so... rabiat reingehen würde, wenn... es nicht so stehen würde. Also der Schuss gerade von Lewandowski, ne? Ich will nichts dazu sagen. Ich will nichts dazu sagen. Eigentlich erwarte ich, dass er den macht. Oh, ne Scheiß. Ich hab meiner Meinung nach auch nicht komplett in die Mitte gezielt, aber egal. So war da auch, dass Reus den macht. Oh. War das gerade eine geile Schusstäuschung als Ballannahme. War richtig geil. Aber leider wird der Schuss geblockt. Aber ich merk schon wieder, wie ich... zu viel Augenmerk halt auf meinen... Stürmer lege. Und wieder versuch mit ihm... die geile Scheiße zu produzieren. Das darf ich eigentlich nicht machen. Muss ganz normal... Da muss ich einfügen ins Spiel. Aber es fällt halt schwer. Es ist halt... Es ist ja vielleicht ein bisschen... ein bisschen... arrogant, das zu vergleichen. Aber es ist halt wie im echten Leben, wenn der Stürmer... seit... spielen kein Tor mehr gemacht hat. Dann hat er einfach so eine... so eine... so eine Blockade im Kopf. Und er braucht dann einfach wieder das Tor, um halt diese Blockade zu lösen. Ich hab jetzt noch mit Falcao das Tor gemacht, aber es hat dann halt noch nicht gereicht. Ich hab immer noch dieses Problem, dass ich denke, fuck man, was ist mit meinen Stürmern los? Warum mach ich denn keine Tore mehr? Oder so. Also ich spiel' einfach nicht so befreit. So, haben wir irgendeinen Linksfuß, mit dem wir uns um die Mauer rumknallen können? Das wäre ja nicht das erste Mal. Bentaleb, aber... ist kein guter Freistoßschützer, aber halt... Ah, Plattenhaut. Ja, ich glaube, das hat bei ihm nicht funktioniert oder es könnte ihm gar nicht funktionieren, weil er die Mauer ein Stück weiter nach links gestellt hat. Darauf muss ich halt achten. Also ich brauch halt auch dann einfach den Platz, um das rumzukürfen. und er war nicht vorhanden. Gelb, mein Freund. Gelb. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ach du Scheiße. Das war aber gar nicht so, wie es geplant hat. Also diesmal war die Mauer eigentlich gut, aber es war irgendwie nicht gut ausgeführt. Hat gut funktioniert. Elfmeter. Was? Oh mein Gott, das war ein Elfmeter, ey. Oh, das nächste grobe Foul. Ich sage, er hat keinen Bock mehr. Noch ein drittes Tor und... Ding ist durch. Na ja, er zieht die Mauer rüber, dann mach ich's nicht mehr. Na ja, können wir einfach ablegen. Dann wollte ich schön ins Recht knallen, aber es hat doch nicht geklappt. Oh nein. Na ja, der wird nicht wieder blockiert. Das legt er sich entweder durch Zufall gut vor oder mit Absicht, keine Ahnung. Oh, Müller, das war scheiße gedribbelt. Oh, was ist denn jetzt los? Das war schon wieder merkwürdig gedribbelt. Meine Fresse. Oh, nein. Sehr schön, die Grätsche. Nächste gelbe Karte. Schade, dass es nie einer ein Wichterchen gelb hat. Ach, genau in die Mitte. Und Grätsch rein? Schade, dieser macht das nicht. Oh, Freunde, lass doch mal... Ich weiß, es gibt jetzt gelb-rot, aber lass doch mal den Vorteil laufen, ey. Ach, ich probiere es trotzdem scheiß drauf. Das war nicht schlecht, aber nicht gut genug. Schade, ich hätte gerne noch ein drittes rausgespieltes Tor gemacht, aber ich glaube, ich habe ihn auch ein bisschen eilen lassen von der Schlechtigkeit des Gegners. Ach, was hat er denn gemacht? Hat er wieder reingekrätscht, ich habe es gar nicht gemerkt. Ha, vielen Dank, er hätte eine Ecke bekommen. Jetzt grätsch er hier noch mal rein. Und grätsch. Schade. Wollte eigentlich noch mal reingrätschen, vielleicht doch noch eine rote Karte bekommt. Ähm, Lewandowski hat sich gut und okay angefühlt, hat jetzt nichts gemacht im ersten Spiel, aber ich habe es selber gemerkt, ich muss es einfach zugeben. Ich spiele einfach den momentan nicht so, wie ich normalerweise einen Stürmer spielen sollte. Also einfach als Teil der Mannschaft und nicht als alleinstehenden, individuellen, mega geilen Tore-Maschine-Spieler. Und das ist natürlich, also ich spiele einfach mit meinem Stürmer nicht so befreit, wie mit dem Rest des Teams und das ist gerade ein Problem. Deswegen müssen wir mal schauen. Ach, das ist echt schwierig für mich, das ist echt doof. Aber ich kann gerade nichts gegen machen. Von daher mal schauen. Naja. Ähm, ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.